Hebt Anti-Suomela das Spiel des LRC auf ein neues Level? Fakten. Suomela ist Finne, 29-jährig, Center und Linksschütze. Nachdem ihm der NHL-Durchbruch nicht gelang, spielte Suomela letztes Saison in Schweden, schoss 37 Tore, erzielte 66 Punkte und wurde Liga-Topscorer. Mit seinen läuferischen Fähigkeiten stellt der Finne jede Abwehr vor Schwierigkeiten. Dank seinem Tempo kommt er oft einfach in die gegnerische Zone und sorgt für Torgefahr. Lausanne ist auch dank ihm, off the rush, das zweitgefährlichste Team der Liga. Im gegnerischen Drittel fackelt Suomela nicht lange. Er sucht, wenn immer möglich, den Abschluss, manchmal auch aus schlechter Position. In 10 Spielen schoss er 57 Mal aufs gegnerische Tor. Das ist Liga-Bestwert. An der Ligaspitze mischt er auch am Bulli-Punkt mit. 58% aller Face-Offs gewann er. Trotz seinen Bulli-Skills wird er in Unterzahl von Coach Ward kaum eingesetzt. Seine Disziplin ist das Power-Play, wo er als Shooter auf der rechten Seite die Fäden zieht. Hebt Antti Suomela Lausanne also auf ein neues Level? Mit Suomela hat der LRC offensiv eine neue Superwaffe, die Spiele stets entscheiden kann. Mit dem starken Saisonstart ist aber nicht er alleine verantwortlich. Die Schleifung des Schleifung des Schleifung des Schleifung des Schleifung. Mit dem starken Sädenwidth. Vielen Dank.